Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Tech2b. Heute nochmal ein kleines Infovideo zu unserem Techit-Projekt. Und zwar wird das Techit-Projekt wie folgt einen Start gehen. Es gibt vier Teams, zwei Personen. Diese werden jeweils immer getrennt aufnehmen, außer an einem Tag. Es wird jeweils an einem Tag eine Gemeinschaftsfolge geben, in der alle vier Teams zusammenspielen und an einem großen Projekt gearbeitet wird, wie zum Beispiel an einem großen AKW, einer Solaranlage oder auch Geothermalreaktoren oder ob man mit Miscraft bis herum experimentiert wird. Das wird man dann noch sehen. Unsere erste Aufnahme startet am 14. September. Das heißt, ihr könnt euch darauf einstellen, dass am 16. September die erste Folge Techit-Projekt kommen wird. Das ganze Projekt besteht dann insgesamt aus acht Spielern. Und wir hoffen dann, dass euch das Projekt gefallen wird. Es ist so ein bisschen in Anlehnung, oder eigentlich hauptsächlich in Anlehnung an das Techtown-Projekt von Porkjob Media, ThunderLP und PlaylikeLeonEye gezockt, die gerade ein Techtown-Projekt haben. Und das hat uns inspiriert, ein Techit-Projekt zu machen. Wir spielen dann Techit-Lite, nicht das normale Techit. Alle zusammen auf einem Server von Idrado. Ja, und wir hoffen dann natürlich, dass es euch gefällt. Und freuen uns, wenn ihr uns dann am Ende anschaut. Und euch auch alle Ansichten anschaut. Ja, das wäre es dann eigentlich soweit. Und wir wünschen euch dann noch viel Spaß. Und wie gesagt, am 16. September wird es circa losgehen mit dem Techit-Projekt. 7. 9. 10. 10. 12. Honen.